Herzlich willkommen zu unserem Unkrautbrenner-Test, eurem Ratgeber für Unkrautbrenner. Gerade wenn es im Frühling wieder wärmer wird und auf gepflasterten Wegen oder auf gepflasterten Terrassen wieder das Unkraut wächst, gibt es nur wenige Möglichkeiten, das Unkraut auf den gepflasterten Flächen wegzukriegen. Da man laut Gesetz keine Chemikalien auf das Unkraut spritzen darf, ist es noch einmal schwerer, das Unkraut wegzubekommen. Hier kann ein Unkrautbrenner helfen. Der Unkrautbrenner entfernt hartnäckiges Gewächs effizient und schnell. Die von uns getesteten und für gut befundenen Unkrautbrenner findet ihr hier aufgelistet. Der Unkrautbrenner im Test mit verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017